Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, besonderen Video auf dem ColecoVision. Ich bin euer Mr. Venom1974 und das ist, ihr habt es schon gelesen, Mad Patrol. Ja, welches Spiel könnte das sein? Moon Patrol von Atari ist leider für den ColecoVision nie fertig geworden. Das heißt, es gibt auch nur einen Prototyp und eben der sogenannte Mad hat dies eben so umgebaut. Deswegen auch Mad Patrol. Ich weiß, es gibt mittlerweile, glaube ich, auch noch eine andere, neuere Homebrew-Version. Die habe ich aber noch nicht gefunden. Die werde ich aber noch finden. Und dann gucke ich mal. Ah, doof. Da konnte man nicht wahnsinnig viel ausweichen. Ja, sonst ist das wirklich das gute alte Moon Patrol. Und ich sage es ganz ehrlich, wer die Atari-Variante kennt, der weiß, wie unglaublich gut diese Variante wäre. Wenn sie denn mal entstanden wäre. Tja, und das ist immer das, was ich, was, glaube ich, keiner von uns heutzutage mal nachvollziehen kann. Ich meine, man kann ja noch vorstellen, macht ja auch vielleicht Sinn, wenn die ganzen Mitbewerber für sich die Software bauen. Aber dass die Software auf anderen Konsolen besser ist als auf den Heimkonsolen, das macht überhaupt keinen Sinn. So, ich mache jetzt noch mal die Platte, weil ich möchte jetzt hier ein anständiges Score machen. So. Vielleicht dann mal was bieten. So, komm, wollen wir es noch machen. Das sind übrigens, ihr seht das, die Leute machen Löcher. Ihr könnt ein bisschen aufpassen. Also, ich werde euch einmal den Beginner-Kurs zeigen und den Champion-Kurs. Nein, ich will nicht continue. Ich will neu. Lassen wir es mal runterlaufen. Ich will euch auf jeden Fall auch mal so etwas Ähnliches zeigen wie, naja, ein Speedrun auch nicht. Aber die erste Etappe muss man mit unter 80 schlagen und das ist eigentlich machbar. Wenn die nicht so böse daneben, oder beziehungsweise so direkt in die Mitte schießen, habt ihr eigentlich relativ eine Chance, das auch zu packen. Deswegen will ich mal gucken, dass man das auch hier hinkriegt. Dann bin ich damit auch sehr zufrieden. So, bis jetzt sieht das alles gut aus. Ihr könnt die Schüsse abschießen. Deswegen, das ist relativ einfach. Wenn das einfach Muster passt, dann könnt ihr da wirklich so durchmarschieren. Dann ist die Score von 80 auch machbar. Aber ihr dürft da eben nie großartig draufgehen, weil sonst... Wir fangen halt jedes Mal wieder neu an, ne? Das ist nicht gut. So. Schön. Das ist bis hierhin alles gut. Wir sind schon bei D. Die erste Etappe endet bei E. So. Das sollte noch passen. Was nicht geht in der ColecoVision-Version, aber es kann vielleicht sein, dass es einfach eine Homebrew-Version ist, die nicht fertig geworden ist. Es gibt eine Möglichkeit, auf der Arcade-Version rumzutricksen, wenn es einen Doppelstein gibt. Dass man so schießt, dass man beide Steine gleich mit erwischt. Das scheint bei der ColecoVision-Version nicht zu gehen. Also gut. Aber das wird wahrscheinlich nur irgendwelche Pro-Gamer auffallen, die aber ganz fein sind. Ich werde euch aber sicherlich irgendwann die Arcade-Version nochmal zeigen. Und zwar dann komplett. Es gibt also tatsächlich nur zwei Kurse. Ich hab's mal durchgezaugt. Dann können wir da auch mal Spaßsalbermann schüttenes Video machen. Das war böse. Da, das mein ich. Und den kann man mit dem, ähm... Ja, ich soll sagen, mit der Explosion kann man die eigentlich mit wegnehmen. In dieser Version eben hier nicht. Aber das kann Zufall sein. Das kann aber auch einfach sein, dass es nicht fertig programmiert wurde. Schieß den mal weg hier. Den kann ich nie gebrauchen. So. Zack, 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 zack. Das sieht gut aus. So, was bräuchte ich hier noch? I. Das ist übrigens immer 80 Rekord. Das ist auch beim Automaten so gewesen. Da. Und da müsst ihr nämlich aufpassen. Und da kann man nämlich der Outdoor-Maten-Version richtig tricksen. So. Nochmal ein guter Score. Schön. Und das könnte wirklich beim Automaten genauso waren. Also vom Spiel hier jetzt gerade ist das ziemlich identisch an der Automaten-Version. Da ist also... Ich sag mal... Nicht viel anders. So, ich glaub, kommen wir jetzt schon hin hin. Das ist das, was ich auf den Tod nicht abkann. Das kann ja auch in der Automaten-Version nicht. Natürlich kommen die jetzt. Da dürft ihr nicht zu langsam sein. Da dürft ihr nicht zu schnell sein. Ihr müsst aber trotzdem gucken, dass ihr da auch mit Abstand springt. Da seht ihr. Wieder zu langsam. Seid ihr zu schnell springt in die nächste Mine. Das ist... Das macht total viel Laune. Aber das ist bei der Automaten-Version nicht viel anders. Da. Das ist zu weit. Tja. Da. Da reagiert er wieder beim Sprung nicht. Ich sag doch, ich hasse diese Minen-Passage. Die finde ich absolut zum Kotzen. So. Gut. Weiter. Passt. Boah. Und nicht schnell genug. Gut. Komm. Zeigen wir noch den Champion-Kurs. Ne. Meine Minen mache ich garantiert nicht weiter. Also ich werde euch auf jeden Fall mal die Arcade-Version komplett zeigen. Und dann genießt mal diese Stage. Also wenn ihr die Minen hinter euch habt, da habt ihr sozusagen den ersten Kurs, äh, den habt ihr durchgespielt. Äh. Das hört sich irre an, aber das ist wirklich so. Das ist die einzige Stelle, die wirklich unglaublich nervig ist. Champion-Kurs. So. Ihr seht, es wird mehr geschossen. Es gibt mehr Gegner. Das war chancenlos. Da kann man nicht viel machen, wenn sowas ist. Aber trotzdem. Ihr hört schon einen Original-Score und... Ich finde die Version echt klasse. Wäre schön, wenn die mal fertig geworden wäre, aber... Na ja, da kann mir irgendwas so, ne? Zweiter Videogame-Crash und so. So. Na, komm. Ich glaube, in der Arcade-Version ist das so ein Mini-Panzer, glaube ich. Na, komm. Ah. Mist. Mist, Mist. Mist, Mist, Mist. Der Trick ist, rüberspringen, dann erschießen. Vielleicht muss man das... ...mit Rückstoß machen. Ich guck mal. Nein. Nicht hoch. Rück. Und zwar den hier. Na, komm. Komm, mach hier. Yes. Zack. Genauso. Also das ist... Ach, da ist auch noch ein Panzer. So. Kannst mal sehen. Das war Dusel? Kann ich hier ein Kontin überhaben? Kann ich hier ein Kontin überhaben? Ah, da kann ich hier bei den Panzer anfangen. Na, komm. Und zack. Da seht ihr die schießen. Ah. Das ist... ...d. Weg mit dir. Zack. Schön. Das ist der Etappe natürlich überhaupt kein Bonus. Ist klar, weil... ...wenn 200.000 mal drauf geht, macht das auch keinen Sinn. Aber trotzdem. Eine auf jeden Fall... ...schöne Version. Hätte es auch mal... Hm. Aber wer die... ...die Atari-Version kennt, der weiß... ...wie viel besser die hier ist. So. Das kenne ich ja jetzt. ...ein Doppelstein... ...wür sie aufpassen. Ja, da gibt es einen schönen Doppelsprung. Das machen wir nochmal. Ja, ich wusste es. Aber ich erkenne alles wieder. Das ist der einzige Vorteil. Also das Ding habe ich wirklich... ...neu in echt gezockt, wie... So. Ah. Mist, 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 Mist. Mist, 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 Mist. Na ja, na ja, na ja. Das wird wohl nichts. Na, jetzt bricht auch irgendwie... ...die Homebrew-Version zusammen oder so. Na ja, komm, machen wir noch einen. Wenn ich darf. So, komm. Wo immer der tolle Leck herkam. So. Zick. Ah, so. Wir überlegen mal, also, den weg. Den weg. Den weg. So, den weg. Da liegt gerade noch was, wie die Strategie geht. Wenn der sie jetzt rumleckt wie Sau, macht die Sache nicht wahnsinnig einfacher, wenn ich ganz ehrlich bin. Das wäre grenzenlos sinnvoll. Da kann man aber noch einen versuchen, dann reicht das auch. Dann haben wir es durch. Ach, komm. Wisst ihr, das ist ein Zeichen. Ich bin euer Mr. Wendem 1974 und bin jetzt raus. Tschüss. Tschüss.